Wir schließen heute ein AMJK-Modul an und benötigen für den fachgerechten Anschluss eine Parallelzange und einen Seitenschneider. Zuerst entfernen wir den Kabelmantel und führen das Geflecht an der Seite vorbei, um es rechts und links etwas zu kürzen. Danach legen wir das Geflecht über den Außenmantel und drehen es leicht ein. Danach werden die Paare auseinander geführt, damit wir eine schöne Auskreuzung haben. Die Paarfolie öffnet sich an dem Knick leicht auseinander. Die Paarfolie wird mit dem Seitenschneider an jeder Seite eingekerbt. An der Kerbstelle selber lässt sich diese Paarfolie leicht abdrehen, ohne die Paarfolie bzw. auch die Paare zu entdrillen. Jetzt nehmen wir das Unterteil. Wir sehen die Farbgebung. Die Paare liegen in der richtigen Farbreihenfolge und entdrillen jetzt das braune Paar, wobei die farbigen Drähte immer in der Mitte sind und die weißen an der Außenseite liegen. Damit entfällt ein lästiges Ausdrehen der einzelnen Aderpaare. Für die leichtere Montage und Einführung der Drähte kürzen wir diese schräg ab. Durch das Strickabschneiden lassen sich jetzt die Paare sehr gut in die Drahtführungen einfädeln. Sie schieben jetzt die Drähte in das Modul rein und fixieren das Kabel mit dem ersten Kabelbinder, den Sie auf der Rückseite einführen. Die Paare werden jetzt entdrillt und die Farbigen sind wieder in der Mitte und die weißen Drähte liegen wieder außen. Sie können aber auch die Paare gleich ohne ausdrillen direkt von oben in das Adernmanagement führen. Das spart wiederum Zeit. An der Kante werden alle Drähte gekürzt. Wir verpressen jetzt das Oberteil. Sie sehen die Schneidklemmen, die die Kontaktierung der Drähte ermöglicht und verpressen das Ober- und Unterteil. Sie hören das schöne Einrasten. Damit ist die Kontaktierung sichergestellt. Bei einer geschirmten Verkabelung darf die Zugentlastung nicht als Schirmung genutzt werden, was bei unserem Modul durch die getrennte Zugentlastung gegeben wird. Zum Schluss werden die Kabelbinder gekürzt und Sie haben das Modul fachgerecht eingeschlossen. Auf der Oberseite befindet sich die Erdkontaktierung, damit ich ein Erdungskonzept wie nach Norm DINI N50 310 beschrieben anschließen kann. Damit ist alles fachgerecht installiert. ... ... …